Anno 1800 wird einfach immer größer. Jetzt gibt es schon wieder einen neuen DLC, Reisezeit, mit dem Touristen unsere Insel besuchen können. Und wie es Tradition ist, habe ich mir einen Besucher in dieses Video eingeladen, um euch zu erzählen, was dieser DLC taugt, meinen lieben Kollegen Heiko. Hallo Heiko. Hallo Maurice. Es ist ja schon Tradition, dass du und ich hier zusammenkommen, um über den neuen Anno-DLC zu reden. Es ist jetzt schon Season 3 und du hast auch einen Test auf GameStar.de geschrieben, den könnt ihr euch ebenfalls anschauen. Aber jetzt erzähl uns doch mal Heiko, der neue Tourismus-DLC bringt Touristen, bringt Hotels, bringt Busstationen, mit denen wir Touristen von Hotels zu Restaurants und Sehenswürdigkeiten kutschieren müssen. Wie gut funktioniert denn diese Mechanik? Wie viel Spaß macht sie? Ich überlege gerade, wie ich die Frage am sinnvollsten beantworte. Ich habe den Zugang zum DLC am Freitag bekommen. Ich habe natürlich am Freitag noch gearbeitet, das heißt, ich konnte erst Freitagabend anfangen. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt muss ich erst über das Pfingstwochenende Anno 1800 spielen, damit das mit dem Test einigermaßen pünktlich hinnert auf der Webseite. Und ja, was soll jetzt der siebte DEC, nee, achte DEC ist es mittlerweile, denn da jetzt noch ein paar Neues bringen? Ja, und dann irgendwie so 20 Stunden später dachte ich mir dann, Pfingstmontagabend, wo ist die Zeit hin? Und wie konnte das denn wieder passieren bei Anno 1800? Und darf ich kurz darauf hinweisen, Heiko, dass wir am Freitag davor noch drüber sprachen und ich dir prophezeit habe, dass sowas passieren wird? Es ist schon, Reisezeit ist schon nochmal etwas Besonderes. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass Reisezeit nochmal mit so viel Esprit, so viel tatsächlich intelligenten Neuerungen kommt und auch mit so viel Inhalt. Weil ich hatte auch gedacht, naja, das ist dann halt nur so ein kleinerer DEC, er kostet ja separat auch nur in Anführungszeichen 9 Euro. Aber es ist halt krass, was da alles drinsteckt. Du hast es gesagt, es geht letzten Endes darum, eine neue Bevölkerungsstufe glücklich zu machen. In diesem Sinne die Touristen. Und Touristen sind quasi alles kleine Morises. Die sind alle sehr, sehr anspruchsvoll. Sie wollen nur das Beste. Und ist es nicht ihr gutes Recht, Heiko? Ist es nicht ihr gutes Recht? Das feinste Essen, feine Kultur, gutes Transportsystem. Und die eigentliche Kunst von Reisezeit ist, ist all diese anspruchsvollen Mechanismen so ins Spiel zu integrieren, dass sie sehr fordernd sind, dich aber nicht nerven. Wo fange ich da am besten an? Also es geht zum Beispiel darum, man fängt an und denkt sich ja, man muss ab der vierten Bevölkerungsstufe, kann man den Besucherhafen ausbauen. Und ab dann landen da auch Touristen. Wo wollen Touristen schlafen? In Hotels. Diese Hotels sind riesig. Ich glaube, neun mal sieben Felder. Also erstmal Platz für die Dinger zu schaffen, ist anspruchsvoll. So, dann hast du das, dann öffnest du das und siehst so einen Lattenzaun an Dinge, mit denen sie glücklich gemacht werden wollen. Was wollen sie? Sie wollen zum einen deine ganzen Sehenswürdigkeiten besuchen auf der Insel, also platzierst du Bushaltestellen auf deiner Insel. Diese Bushaltestellen brauchen zum einen natürlich als Startpunkt das Hotel im Einflussbereich, damit die Touristen, die feinen Damen und Herren, nicht allzu lang laufen müssen. Und dann müssen natürlich auch die Sehenswürdigkeiten im Einflussbereich von Busstationen landen. Die sind jetzt nicht riesig, aber sie sind genau so groß, dass es dir deinen schönen Plan zerdeppert am Anfang. Dann kommen Restaurants dazu. Also nicht nur Restaurants, sondern auch Cafés und auch noch Cocktailbars. Und auch die müssen wieder im Einflusskreis von Bussen sein. Diese beeinflussen aber auch wieder, und das ist wieder ein cleverer Twist, die Wohnhäuser, die um sie rum sind. Und je mehr Kundschaft sie haben, also je mehr Touristen dorthin fahren, desto mehr und desto positiver ist ihr Einfluss. Und dann, das sind schon coole Einflüsse, weil es zum Beispiel dann ist, dass im Umkreis deine Bevölkerung 20% weniger rum braucht. Und das ist schon cool, das willst du schon haben. Das möchtest du schon haben. Die Dinger sind aber auch groß. Also kannst du sie ja nicht nur bei den Hotels irgendwie am Stadtrand platzieren oder am schönen Strand, sondern du willst sie ja auch in deiner Innenstadt haben. Also fängst du da wieder an zu optimieren. Und dann ist es auch noch so, dass du in diesen Restaurants oder in diesen Bars, da kannst du zwischen unterschiedlichen Rezepten wählen. Diese Rezepte haben unterschiedliche Bonuseffekte, aber brauchen auch wieder unterschiedliche Zutaten. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch ein neues Gebäude, eine Chemiefabrik, wo du dann auch wieder neue Gegenstände herstellen kannst, aber auch wieder mit Rezepten. Und für diese Rezepte brauchst du teilweise neuen Kram. Den machst du dann entweder zum Beispiel Konfitüre für lecker Käffchen dann dazu. Die Konfitüre kannst du in der alten Welt mit Plantagen herstellen oder mit Obstplantagen. Dann kannst du aber auch wieder Zimt gebrauchen oder Zitronen für schöne Limonade. Die baust du dann wieder in der neuen Welt, wo es schön warm ist. Und dann kommt auch noch ganz zum Schluss als großes Finale ein Monumentalbau dazu. Nämlich, ich glaube, sie nennen es der große Turm, es ist aber letzten Endes der Eiffelturm. Und da ist dann das luxuriöseste Restaurant überhaupt drin. Und da ist es dann sogar wieder so, je mehr Kunden du diesem Turm dann zuweist, desto größer wird der Bonus- und der Einflussbereich dieses Luxusrestaurants. Und das ist dann sogar so mächtig, dass wenn du quasi 1000 Touristen übrig hast, oder kannst du den, ich glaube 5000 Touristen sogar, kannst du den Einflussbereich wirklich so groß drehen, dass er fast seine komplette Insel abdeckt. Und all das steckt drin. Und da denkst du schon, okay, das ist jetzt so ein sehr, sehr mechanischer DLC, was erstmal so cool ist. Und das ist das, mit dem ich reingegangen bin. Ja, die werden halt irgendwie was Mechanisches machen. Wie es ja die Speicherstadt davor auch war, das hattest du ja damals sogar kritisiert, dass der DLC zu viel Mechanik und zu wenig Flair, sag ich mal, hatte. Genau, es gibt zwei Unterschiede dazu. Zum einen ist tatsächlich, bei Speicherstadt war ja mein Hauptkritikpunkt, dass man, um das wirklich managen zu müssen, musstest du dich sehr, sehr viel in Menüs aufhalten. Und hier ist es das krasse Gegenteil. Ja, du musst sehr genau mit deiner Insel arbeiten, mit den Einflüssen, mit den Reichweiten der Busse. Es animiert dich dazu, sich noch mehr, noch intensiver mit deinen Inseln zu beschäftigen. Auch und sie im Übrigen noch schöner zu machen. Auch das, weil je schöner die Inseln sind, desto mehr Touristen lockst du natürlich auch an. Also das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied, das hat mich tatsächlich überrascht, sie geben sich diesmal wirklich viel Mühe, Arbeiterinszenierung. Also es steckt so voller, liebevoller Details, sei es nun, dass sogar auch die Ornamente, da gibt es auch Dutzende von, dass die tatsächlich animiert sind. Wenn du eine Bühne da platzierst, spielen da Musiker drauf. Die Restaurants und Cafés sind alle unterschiedlich animiert. Das gleiche gilt für die Plantagen, die Hotels sind klasse. Da passiert überall richtig viel Touristenkeil. Kommen wirklich hunderte Touristen, die da reinströmen und die dann wieder warten, wenn das nächste Boot dann anliegt. Das sieht einfach klasse aus. Und was aber mich richtig überrascht hat, war, dass sie da auch richtig viel Story und Quests tatsächlich etablieren. Also die Quests führen diese ganzen Mechanismen wirklich schön ein. Es gibt eine optionale Nebenquests und ich will nicht zu viel verraten, aber das haben sie auch schon in ihrem Blog geschrieben. Du bekommst auch wieder Besuch von der Königin. Ja, so als quasi die anspruchsvollste Touristin, die da existiert. Der Ober-Maurice quasi. Und auch das ist tatsächlich eine Besonderheit dieses DLCs, die mich zumindest überrascht hat, wie viel Mühe sie ich tatsächlich bei Inszenierung, Atmosphäre und auch Story geben. Dann klingt es ja so, als wären die Touristen nicht nur Selbstzweck, sondern würden sich auch richtig lohnen durch diese Boni. Nicht nur, genau, nicht nur durch die Boni, die lassen auch richtig Asche. Die lassen auch richtig Asche bei dir auf der Insel. Also wenn du es wirklich schaffst, deine Hotels voll auszulasten, weil die gehen halt viel schneller weg und kommen schneller wieder als die normalen Bevölkerung. Auch das ist ja logisch. Also sobald du da irgendwo eine von diesen zig Sachen nicht mehr so ganz super ist und das wird passieren, gehen die auch wieder zurück. Das heißt, du bist ständig da so ein bisschen angucken, okay, wie kriege ich das optimiert? Und es ist ergänzend, es ist nicht zusätzlich nervig, sondern es ist so, dass es dir einfach was Verspannendes zu tun gibt und du wirst nicht dafür bestraft. Also es kann dir nicht so passieren, wenn dir eine Produktionskette irgendwie wegbricht oder so, dann wirst du dafür ja nicht bestraft, du kriegst nur weniger Boni. Und das ist ein recht cooles System. Würdest du denn sagen, als jemand, der Anno 1800 ja schon seit Launch oder genauer gesagt schon seit davor sogar spielt, dieser DLC ist eine sinnvolle Erweiterung an der richtigen Stelle und stopft vielleicht sogar eine Lücke, etwas, das du vorher in Anno 1800 dringend vermisst hast? Oder ist es mehr halt einfach mehr, um mehr zu haben, schon gut, aber jetzt nicht unbedingt etwas, was man dringend gebraucht hätte? Ja, also eine Lücke stopfen ist viel gesagt, weil dieser DLC, der richtet sich schon an Leute, die sich sehr intensiv mit Anno 1800 beschäftigen wollen. Also wirkt ja allein schon dadurch ausgedrückt, dass du ihn erst ab 500 Ingenieuren freischaltest. Also erst ab der vierten von fünf regulären Zivilisationsstufen. Und das Spiel wird nicht schlechter, wenn du ihn nicht hast. Es ist aber tatsächlich so, dass es einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Ich muss es nicht, ich möchte aber, weil es klasse aussieht, weil es mir Motivation gibt, meine Inseln noch schöner zu gestalten, weil es wiederkehrende Belohnungen gibt und weil es tatsächlich mir auch neue Optimierungsmöglichkeiten gibt, je nachdem, wo ich diese Restaurants platziere oder wo ich jetzt ein Tourismusareal mache. Es gibt mir einfach eine weitere und sehr, sehr motivierende Möglichkeit, mein Anno 1800 zu gestalten und Anno 1800, und das ist ja eher serienuntypisch, aber bei Anno 1800 sind wir jetzt an dem Punkt, noch mehr zu einer Aufbauspiel-Sandbox zu werden. Du musst dich nicht mit Tourismus beschäftigen, aber du möchtest dich mit Tourismus beschäftigen. Du hast jetzt schon mehrfach den Platz angesprochen, den all diese neuen Gebäude einnehmen. Siehst du in der Hinsicht eine Gefahr, dass Anno 1800 jetzt allmählich etwas zu groß wird? Weil du hast ja immer noch den gleichen Inselplatz wie vorher, aber es kommen mehr und mehr Gebäude und Mechaniken dazu. Hast du das alles gut untergekriegt oder siehst du da langsam ein Problem auf das Spiel zukommen? Also ich habe es gut untergekriegt, ich bin aber auch ein Puzzler. Ich mag es an Anno, wenn da oben links noch so ein einzelnes Feld übrig ist, dann kann ich nicht leben. Das muss noch weg. Also bin ich sogar bereit, eine Plantage umzusetzen, damit ich da hinten die Lücke noch dicht machen kann. Es ist ein anspruchsvoller DLC und es kann durchaus oder es hat einen gewissen Frustfaktor, wenn man jetzt nicht bereit ist, auch Hand an die Insel anzulegen. Also zu sagen, hey, vielleicht platziere ich nochmal den Zoo ein bisschen um, damit das mit den Touristen besser hinhaut. Oder ich will ja wirklich, dass mit Bussen all meine Attraktionen, und da gehört zum Beispiel auch das Varieté-Theater dazu, erreichbar sind, damit ich da wieder die Boni mitnehme. Man muss schon Lust darauf haben, eine Insel umzugestalten. Es ist kein DLC, wo du sagst, hey, du hast da auch nur Spaß damit, wenn es angedockt ist. Ja, so wie En Besa oder eben die Passage, ne? Also die Arktis oder eben Afrika, das hat ja ganz gut ergänzend funktioniert. Hier ist es wirklich, das ist ein integrierter DLC. Da ist ein bisschen eine Frustgefahr drin und eine andere kleine Schwäche, aus meiner Sicht hat der DLC auch noch, die zumindest erwähnenswert ist. Es gibt Boni in diesem Spiel, also Rezepte in diesem Spiel, in den Restaurants, Cafés, die kannst du nur dann freischalten und oder auch nutzen, wenn du auch andere DLCs besitzt. Also diese Rezepte, um sie freizuschalten, gibt es Voraussetzungen, etwa, dass du Bananen in En Besa gelagert haben musst, oder dass du eine Arktis-Expedition abschließen musst. Sprich, du kriegst nur alles aus dem DLC, wenn du auch die anderen DLCs besitzt. Es ist jetzt aber nicht so, dass du das haben musst, du kommst auch wunderbar mit den anderen Rezepten klar. Aber, ja, es ist zumindest so, wenn man wirklich alle Rezepte haben möchte, wenn man alles freischalten und erleben möchte, was dieser DLC zu bieten hat, benötigst du auch die anderen DLCs. Dann reden wir doch mal drüber, wie man diesen DLC sich am besten kaufen sollte. Würdest du sagen, der ist allein, seinen Preis, seine 9 Euro wert? Oder sollte ich den Season Pass mir kaufen? Lohnt der sich jetzt schon, wenn ich Speicher statt und das hier bekomme, ohne zu wissen, wie gut der dritte DLC wird? Oder würdest du sagen, das Schlaueste ist, abzuwarten, wie gut der dritte DLC wird und sich dann erst alle im Paket zu kaufen, weil sich die Einzelkäufe vielleicht irgendwie nicht lohnen würden? Ich denke, die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, wie gut oder wie spannend du den Speicher statt DEC findest. Ich bin schon der Meinung, dass der DLC jetzt diese 9 Euro für Reiszeit mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen DLCs hat. Also es steckt richtig viel drin. Es ist eben nichts, was du so auch selbst als fortgeschrittener Spieler so eine Stunde wegfrühstückst. Also du bekommst da Zeug, das dich wieder auf Stunden beschäftigen und motivieren kann, wenn du nach wie vor Lust auf Anno 1800 hast. Der Season Pass kostet 20 Euro. Wenn du nur Reisezeit möchtest, sind das 9 Euro. 11 Euro sind schon ein Unterschied, wenn dich Speicher statt nicht interessiert. Wenn du jetzt sagst, hey, das mit der Speicher statt finde ich eigentlich auch cool. Ich habe sowieso schon überlegt, mir das zuzulegen. Die kostet separat 7 Euro. 7 Euro plus 9 Euro, bist du bei 16. 4 Euro Unterschied zum Season Pass Preis. Da würde ich dann sagen, komm, dann kannst du jetzt auch gleich den Season Pass 3 kaufen. Weil der dritte DLC, machen wir uns nichts vor, der wird zumindest okay sein. Das würde jetzt nicht sagen, dass die 4 Euro jetzt rausgeschmissenes Geld sind. Sondern dann sparst du dir halt die 5 Euro gegenüber dem Kauf aller 3 DLCs. Wenn du jetzt sagst, ey, das mit Reisezeit, äh, nicht mit Reisezeit, ähm, Speicher statt, fand ich eher doof. Äh, dieses, dieser Menü-DLC und Dächer der Stadt, ähm, finde ich atmosphärisch eher schwierig. Ich will keine Hochhäuser in meiner Anno-Welt. Dann würde ich tatsächlich zum, zum Einzelkauf von Reisezeit raten. Wir haben ja auch zu Speicher statt, einen Test und ein Video. Das kann ich jedem ans Herz legen, der sich dann jetzt vielleicht mit gerade dieser Entscheidung herumträgt. Und ansonsten würde ich sagen, zu diesem dritten DLC und dann auch der Einschätzung, wie gut der Season Pass insgesamt ist, sehen wir uns ja sicher genau in so einem Video wieder. Denn natürlich werden wir auch das wieder abdecken. Vermutlich auch wieder mit dem lieben Heiko hier. Ich danke euch allen sehr fürs Zuschauen. Ich danke Heiko für seine Einschätzung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Anno-Video wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.